recht herzlich willkommen zur 57 folge von grand age medieval so da ist er gerade angekommen unser milos und wir wollen da wieder handeln gucken dass wir die kohle langsam zusammen kriegen 55 das ist nix eben gewesen aber hier gehen die zähne weg da die 11 und da 160 fast ich habe jetzt nicht so viel verkauft glaube aber naja 229 haben die auch 73 auf 80 bringt nix einmal verkauft da sogar billiger und da geht auch nix so hier können wir noch was zukaufen aber auch nur ein super bringt also auch nix okay dann wird es teuer 4 480 ich weiß nicht ob es teuer oder billig ist 132 und dann geht es auch gleich hoch kannst du einfach mitnehmen super 44 für 48 gekauft aber bringt nix so lassen den karren kriegen wir gar nicht jetzt voll mehr oder wie sehe ich das ja das mal erst so zack nach krakau so fünf davon alle weg ich glaube das sind ja mehr fünf hatten die naja ist okay ist egal läuft noch für den preis ja lohnt nicht 21 250 verkauft die vier da können wir ja noch ein zukommen aber dann geht auch nicht 144 kann man den einen verkaufen super 73 auf 80 20 weg ja das ist sogar billiger zwei stück mal weg hier gibt es ein bisschen aber der zweite ist schon zu teuer ja ja das ist noch billiger ein mehr und dann war das drei verkaufen oder wird gut was kaufen wir nichts kaufen das haben wir verkauft sitzt nichts wo ich sagen würde nehmen wir mit doch hier 144 geht noch nicht mal hoch da bei 100 50 545 das so gut okay dann weiter gehen wir erst hier oben wieder hin erstmal kurze strecke das war das hinkriegen das macht die kohle denn 600.000 ja kommen die firma weg das ist gleich 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 hier wird das gehen aber gerade mal einer das manchmal zu kaufen und irgendwann in einen verkaufen damit schon teurer ja und lasse hier noch zu kaufen hier noch zu kaufen hier noch zu kaufen hier noch zu kaufen und da geht auch nicht da bringt es nicht kann man noch zukommen aber irgendwie machen wir mal gut dann hier runter janowits da vorbei 130.000 rot 580 kümmer kaufen oder was verkaufen ja 140 jetzt weg haben siebzig da geht was zu kaufen ja jetzt da geht verkaufen 60 hier geht auch was 80 weg die 300 in alle 240 in aller generell 134 geht in 50 immer bis 50 was weg hier gehen wir bis auf 40 fast dazu gekauft haben wir hier na gut lauf man ein klein ja 670 ein bisschen mehr 40.000 mehr das jetzt hier läuft es in diese frau so brot haben hier können wir alles verkaufen hier wird nicht gehen drei mal weg alle weg ich komme hier günstig kaufen das bringt nichts der gleiche preis da auch da 80 er kommt 79 geht da weg billiger gleicher preis fisch kaufen 365 tonnen das machen wir noch und die kohle kaufen ist der wagen voll naja gehen wir da ein ja irgendwie müssen wir das mit der kohle mal schaffen mit dem geld so hier 60 einiges weg 82 gehen wir bis nach 60 ok 234 geht um alle weg wo die mir prunk das passt alles 418 da geht was 20 weg oder ein theoretisch ist das immer ein guter preis 320 oder 45 317 da geht auch was bis 80 aber die achte weg sich auch ein bisschen ja so zukaufen 180 22 davon mitnehmen und kann man schon drauf gekauft ne rot steigt sofort der fälle gehen 45 mit fertig ab na so viel kommen wir sind so viel läuft zum mal wieder 670 der wagen ist relativ gut gefüllt also ist das eigentlich mehr wert so geht richtig gut hier unten da geht ein bisschen vier stück weg geht da was eigentlich wirklich 85 vom fisch das ist schön 65 ist gut da kann auch was los werden 70 früchte bevor die gammeln aber noch mal so gleicher preis bisschen mehr aber nicht der rede wert kriegen wir alles weg holz könnte man zukaufen aber der preis das lohnt auch nicht so hier können wir beikaufen wagen voll ja gut weiter ab noch ala oder über thessaloniki weiß ich nicht nach und machen mal da erst so guck mal da rein was haben wir denn 667 jetzt auch im konto 136 und nicht hier geht was 10 stück geht richtig viel war alles nicht aber 75 weg da geht auch einiges 40 das ist nicht so der hinter hier geht was jetzt sehen hole da weg so 38 ist schon teuer in dem sinne hier 60 nehmen wir was mit 28 davon hier geht was 116 und hier die 14 noch völlig hat ihn immer mit aber da waren ganz billige preise glaube auch bei gewissen sachen aber wir haben schon 700.000 gut hier kann man gut fleisch kaufen oder auch nicht obwohl woanders wird er vielleicht mehr für bezahlt wir gucken identisch sogar billiger da geht was nämlich alles beim fisch geht auch was und die früchte kriegen alle los hier geht auch was alles da können wir noch zukaufen da können wir noch zukaufen da geht auch noch zukaufen alles wagen voll naja hier kriegen wir was runter hier geht auch noch ein bisschen so dann vielleicht geht hier noch mehr zukaufen jetzt wo der wagen weniger drauf hat gut ich glaube da stehe ich ja schon da erst gut fälle nehmen wir noch welche damit weil billiger 39 da kommen die kriegen woanders noch besser los so oder unten in müstras gut müstras das fleisch kostet auch 600 bringt also nichts das war eben schlecht eingekauft definitiv aber dafür mögen die uns dann vielleicht mehr 7 lohnt nicht da fische loswerden bevor die anfangen zu stinken ist weg können wir noch zukaufen da geht weg 16 da geht auch weg 10 oder noch 5 weg so das hätten sie noch im angebot 9 auch nochmal 9 wenn wir eben verkauft das wollen wir nicht so super oder 700 3000 so jetzt würde ich mal dahin reisen wollen aber ich denke das machen wir dann in der nächsten folge weiter ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss